Hallo, moin, was geht ihr, meine frechen Freunde? Also, ich bin jetzt mal wieder am Start und bin cooler geworden. Ich bin neun geworden. Der ist wirklich neun geworden? Aber cooler, glaube ich, nicht. Und du bist ... geworden. Oha! Alter, was? So, Semf. Was geht ab? Nichts. Warum machst du wieder so einen komischen Skin? Der ist nicht komisch, du bist komisch. Es geht schon los. Okay, ich habe eine gute Nachricht für dich. Und zwar habe ich in der letzten Season mit Braxis zusammen. Den kennst du doch, die Banane. Eine Wette gemacht. Ja. Und ja, die habe ich eigentlich verloren. Da habe ich allen Leuten gesagt, dass sie lügen sollen. Aber er hat es gemerkt. Und der hat jetzt gesagt, als Strafe muss ich einen Tag lang zu allem, was du sagst, in Fortnite Ja sagen. Ja. Er sagte Ja. Ja, gut. Das war es dann eigentlich schon. Wie sage ich immer im Video. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und? Und? Tragt meinen Creator-Code. Äh, Tekken ein. Oha, das leide ich raus. Da kommt auf jeden Fall Wannabe hin. Okay, ich würde sagen, wir legen direkt los. Okay. So, Wannabe, du schenkst mir jetzt den Battle Pass. Irgendwie wusste ich, dass er direkt den Battle Pass haben will. Aber nur den Battle Pass, oder? Nö. Warte mal. Oh Gott, ich kann ihn dir echt schenken. Ey, der ist günstiger geworden. Das ist jetzt doof. Doof, finde ich. Hast du was bekommen? Ja. Ja, dann viel Spaß damit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine Runde rein. Hä? Zwei Geschenke. Ich habe gerade zwei Geschenke auf einmal mitbekommen. Brauchst du einen Ventilator? Äh, ja, okay. Boah, Digga, was ist das? Das ist mein Ventilator. Ach, dein aus. Wir brauchen jetzt keinen Ventilator. Okay, was machen wir jetzt? Auf den Busfahrer zu danken. Nö, ich dank den. Ich bin hier nicht illegal. Okay, wollen wir Pleasant Park? Nein, wir landen genau diese Brücke. Da ist aber nichts. Mir egal, wir landen da. Du wirst das schon verstehen. Ja, okay. Du wirst das schon bald verstehen. Ja, okay. Ich wusste, dass wir mit einer Hardcore bestrafen werden. Ich habe jetzt schon Angst. Naja, sollst du auch haben. Du kommst mit gleich. Okay, sollt ihr einfach hinterherlaufen, ja? Ich noch nicht. Ich vorbereite was. Zeig dir, wenn du kommen darfst. Irgendwie mag ich das jetzt schon nicht. Hey, also warte doch nicht bei mir. Ja, jedes Mal, wenn du stirbst, kriegst du mir einen Skin. Das auch noch? Ja, ja. Egal, ich werde eh nicht sterben. Soll ich jetzt kommen? Ja, du kommst jetzt, du dickes Ding. Was hast du denn hier gemacht, ey? Wait a minute. Ey. Ey, du hast das weggebaut. Das heißt, du kriegst einen Skin. Kannst du mich jetzt bitte wiederholen? Kannst du mich jetzt wiederbeleben? Hallo? Kannst du mich loslassen? Das wird ganz schön eklig werden. Kann das sein? Ja, ja, ja. Bei mir ist das immer eklig. Ich habe immer noch deinen Bogen. Haha. Ich verurte dich. Bleib doch stehen. Was soll das denn? Ich habe noch voll wenig AP. Du gehst jetzt da hin. Woher hin? Du hast so meine Markierung. Hey, da kommen wir doch gerade erst her. Mir egal. Nein, das kannst du mich nicht antworten, bitte. Ist das dein Ernst? Ich komme doch gerade da her. Ja, ich gehe da hoch. Gerne. Mache ich sehr gerne. Liege. Okay, was mache ich da oben? Du springst runter. Höre doch bitte auf. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ey, hier ist einer. Hier ist einer. Hilf mir. Hier ist ein Irrer. Darf ich den Gegner killen? Ja, das darfst du. Okay. Okay, dann springe ich jetzt einfach hier wieder runter. Ja. Eigentlich muss ich immer ja sagen. Egal. Ist das dein Ernst? Warum kann mich nicht jemand hier zurücklassen? Ich will tot sein. Geh weg von mir. Heb mich nicht wieder auf. Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht mehr. Das war eine total dumme Idee. Was wird das jetzt? Ich schwimme einfach weg von dir. Mach's gut. Tschüss, du Loser. Wir sehen uns. Ne, ne, ne. Guck mal, die Zone kommt. Ich werde sterben. Ich schwimme jetzt einfach in die andere Richtung. Oh Gott, es geht nicht weiter. Versuch's doch. Woher kommt der denn her? Ich bin tot. Und du auch. Hast du nicht eben gesagt, du wärst jetzt Pro-Gamer? Ey, ich schwarz keine Mötz. Tja, hättest du mal gesagt, dass ich Mötze abbauen muss. Okay, das heißt, ich schenke dir jetzt einfach so zwei Skins. Ey, warte mal, ich hab gar nicht aufgeladen. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ich entscheide, was für welche. Okay. Ey, man, nö. Heute ist nichts Cooles im Itemjob. Ja, ist mir doch egal. Cool. Was ist denn am teuersten jetzt so rumgedacht? Kannst du mir einmal gute Jade schenken? Aber natürlich gerne. Hey, die kostet 800, die ist voll günstig. Vielleicht kommt was teures. Auf jeden Fall was teures. Gleich kommt was. Haben noch gute Land? Was? Äh, nichts. Okay, was noch? Ja, okay. Kannst du mir, äh, kannst du mir einmal die Sophia, ähm, Boomstar schenken? Oh, nochmal 1500 V-Bucks. Ja, natürlich, schenke ich dir sehr gerne. Bitteschön. Lüge, Lüge, Lüge. Wie ist Spaß damit? Einmal Sophia als Geschenk. Noch einmal Sophia als Geschenk. Oh, nee, wo ich mich hier freitag habe. Da war kein Bock. Also, ich hatte Geburtstag. Ist jetzt neun? Ja. Oha. Okay, dann lass zur Feier des Tages irgendwo runtergehen, wo es cool ist. Wollen wir Pleasant Park? Lass mich jetzt Ars im R machen. Okay, ja, gerne. Auf damit, was ist das? Ich hab Ars im R gemacht. Ja, nicht erfolgreich. Und gehen wir hin. Ach so. Ich bin noch im Bus drin. Hier landen wir. Da ist aber schon wieder nix. Okay, Misty. Ja, okay, da geh ich gerne runter. Misty ist cool. Warum gehst du jetzt auf den Berg? Ich dachte, wir gehen nach da unten. Das gehört zu Misty für mich. Darf ich da auch hin? Ja. Du bist ja der bei Ja, sagt nicht ich. Haha. Haha. Und ich mach gleich meine Begrüßung. Du schneidest das, wenn man anfängt. Deine Begrüßung soll ich an den Anfang schneiden? Ja. Ja, okay. Gerne. Vor deine Begrüßung. Okay. Meine ist die erste Begrüßung. Okay, deine Begrüßung ist die erste im Video. Du. 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 Ich hab gesagt du. Ich. Wer schießt auf uns? Kann das sein? Auf ihn. Okay. Easy peasy. Wer greift hier den Senf an? Ich glaub, ihr spitzt ja wohl. Hä? Spielt ihr Teams? Das war ein anderer, oder? Hey, der ist tot. Ja, das war ein anderer. Zieh mir jetzt den Biggie rein. Lass mich. Du gibst mir den Biggie. Ey, ich hab den fast fertig getrunken. Okay. Warte, gib ihn dir. Komm, ich kann fangen. Ja, komm. Ja, kannst du haben. Fang ihn doch. Was laberst du? Du. Du. Wann, wie du holst mir den zurück? Der liegt jetzt aber auf dem Dach. Mir doch egal. Selbst holst du, wenn du den da hinschmeißt. Ja, bitteschön. Lass ihn dir schmecken. Mach ich auch. Ich wollte ihn eh nicht trinken. Mein Freund hat Steigen ist 70, aber jeder nennt den Baum 70. Warum? Weil er ein Baum ist. Okay. Hat er ja gesagt, weil er so dumm wie ein Baum ist. Das sag ich dem gleich. Dann äh, die ihn noch. Ich hab einen Lama gefunden. Da oben ist ein Lami. Hey, der war doch da gerade. Da ist der Heck. Da oben ist ein Lami. Let's go. Nö, ich schmeck den. Ey, hier ist ein Gegner. Pass auf, mein... Ja, den hab ich versucht zu killen. Er schießt auf mich. Ey, der will das Lama töten. Ich hab gar nichts gemacht. Dafür kill ich den jetzt. Okay. Gar nichts. Tschüss, Albert. So, Wadda, wie du gibst mir schön das Lama. Ey, das war mein Lama. Mir egal, ich werd eh egal. Hilfe! Ja, okay. Wadda, wie du öffnest für mich das Lama. Das kannst du doch selber machen. Ich hab keinen Bock, um meine Taste zu halten. Okay, bitte sehr, Hoheit. Mach ich doch gerne für sie. Macht echt Spaß, dein Diener zu sein. Entweder nimmst du das oder das mit. Du nimmst beides mit für mich. Ich hab keinen Platz mehr. Okay, mach ich. Hey, ich hab kein Metall geglaubt. Lass mir mir keinen geglaubt. Nein, ich hab kein Metall. Geh weg. Ich hab kein Metall. Ich möchte... Da hast du einen Gegner auf der anderen Seite, ne? Auf was fällt an? Ach du, da, du! Das ist der Schneeband. Ey, lass den in Ruhe. Der macht nix. Lass ihn. Der ist auf K. Er hat dir nichts getan. Ich melde den wegen auf K. Was ist denn in Ruhe? Auf die Leute mal zu melden. Ah, er schießt auf dich. Wenn ich einen kille, gibst du mir einen Skin. Okay. Los, kill ihn, kill ihn. Nein. Warum killt er dich nicht? Hey, Matt, komm. Ey, was schießt, Alter? Oha, du bist tot. Ey, ich glaube, wir haben ihn, Alter. Der ist tot. Ich hab eine. Ja, und? Wir haben nur gesagt, bei dem einen Typen. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Du bist nicht lustig. Du knackst doch heute bloß ja. Ich sag heute nur ja, ja. Okay, Wony, dann schenkst du mir V-Bucks. Kann dir keine V-Bucks schenken? Soll ich dir V-Bucks schenken? Äh, Blut haben. Okay, wie viel? So knackige Stühne, Kühne, Böne, 15. 15 Euro, okay, schenke ich dir. Gibt's das überhaupt? Das ist das Billigste. Gibt's das überhaupt? Ja, weißt du, wird schon. Okay, ich schenke dir die gleich und dann gebe ich dir den Code, okay? Okay. Sorry, ich bin halt geldgeil. Bist du wirklich? Ey, der Boss ist neben mir. Oha, oha. Wannabe, wenn du jetzt verriegst, dann... Dann... Ja, was dann? Dann schenkst du mir den Skin. Soll wieder, oha. Ich werde aber nicht sterben. Er hat gesagt, so, äh, Wannabe, du gibst mir die Waffe von dieser da. Aber der ist außerhalb der Zone. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott. Die stirbt aber nicht. Ich habe keine Mets. Ich habe gar nichts. Ich habe nichts gemacht. Die teleportiert sich. All das für die Waffe hier. Okay, der hatte die Waffe diese Runde nicht dabei. Wir können gehen. Ha, ha, ha. Und wie du gibst mir die Waffe. Ich will aber nicht. Ich will nicht. Und wie du gibst mir Munition. Ja, gerne. Willst du alle haben? Komm, ich gebe dir alle meine Munition. Hier, gib mir einfach neue Munition. Nimm einfach alles. Komm. Aha, ich habe eine Waffe von dir bekommen. Du hast auch meine Waffe geklaut. Ey, das ist so eine doofe Runde. Nö, geil, du machst dies. Aber, ah, und roll wie? Ja. Und am Ende verreckst du extra, damit du schönst den bekommen. Und wenn wir dann trotzdem einmal in die Kuhn wie ich komme, ich weiß, gehen, weil du einmal verreckst bist und einmal wegen dem Weg. Boah, was ist das denn? Ich glaube, das ist ja okay, gerne. Du killst den da vorne. Den oder... Ey, das sind zwei Gegner. Da war meine Markierung. Die soll ich killen? Ja, weil der ist ja noch unten. Das überlebe ich nicht. Ich werde das safe nicht überleben. Oh mein Gott. Ey, okay, der Typ geht... Ja, hallo, der geht voll ab. Hilf mir. Der ist irre. Der ist ein Headshot. Der ist ein Zentimeter bei mir. Der Typ hat eine fast down. Ey, der läuft weg. Der läuft weg. Komm hier raus. Der hat ja einen 90s hoch, korrekt. Ja, ja. Ich kill jetzt aber seinen Freund weg. Oh mein Gott, der hat so geile Sachen. Oh mein Gott. Der Typ geht mit Rocket Soldier. Egal, ich muss kurz die Sachen hier mitnehmen. Oh mein Gott. Alter, der meint es komplett ernst. Das ist ein Sweatbear. Bitte. Ich bin gestorben. Okay, du schenkst mir jetzt einen Skin. Ja, schon wieder. Macht das Spaß? Ja, ja, das macht richtig Spaß heute. Halt den Maul. Glaube ich auch. Okay, du schenkst mir jetzt einmal Run-Wig. Ja, mache ich gerne. Der kostet ja nur 2.000. Ja, da bekomme ich gleichzeitig wieder 2.000 Run-Wig. Schon wieder 2.000. Warum lade ich? Ich kann eigentlich direkt dir Geld schenken. Du schenkst mir den... Guck, wie findest du von dir den Snack jetzt den Katana geil? Also, wenn er dir schon 5 Sachen geschenkt hat, du musst... Ich glaube, es war nur 4, oder? Oh Gott. Ja, es kann doch einmal. Dann nehme ich den Snack jetzt. Snack jetzt. Ja, gerne. Kaufe ich dir. Und dann bin ich raus. Dann bin ich befreit. Ich habe keine Lust mehr. Ja, so. Ich kann dir jetzt eh nichts mehr kaufen. Wollt ihr noch was sagen? Das war ein super geiles Video. Es hat super mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wollt ihr noch was sagen? Nein! Ich mache jetzt die Entbegrüßung. Ja, okay. Und mein Freund auch. Ja, okay. Ähm, so. Das war's mal bitte, ihr freche Freunde. Und ja. Wir sehen uns nächstes Mal. Und was steigt deine Entbegrüßung, Kubi? Gut, okay. Er hat keine. Ja, ihr seid very good. Ich habe das ja eben so verstanden. Egal. Hau rein bis zum nächsten Mal. Hau rein bis zum nächsten Mal.